Ich traf Stella Miles vor fünf Jahren. Wir sind Freunde geworden. Während der heißen Nächte, erschöpft von der Arbeit des Tages, erzählte sie mir die Geschichte von Jakob Milgram und dem Haus in Berlin. In 1992, er hat die Familie zurückgebracht, mit der German Restitutionen-Law. Do you know the house is going to be sold? Oh, really? To whom? I don't know who it is. Stellar verbrachte Stunden mit Lesen und stromerte durch die Stadt. In den frühen Morgenstunden oder spätnachts offenbarte sich Berlin ihr auf andere Weise, als wenn die Straßen voller Menschen waren. Das ist die Kie, die alte Kie, von der Haus in Berlin. Und das sind die Fotografie von Jakob, als er zehn Jahre alt war. Die Haus in Berlin. Ich bin bei der Haus in Berlin. Das ist die Haus, von der Haus ist. Du hast es gesagt, es ist die Haus in Berlin, denn das ist die Haus. Ich bin bei der Haus in Berlin. Untertitelung des ZDF, 2020